was mein Langschwert macht 55 Schaden und die Spitze also diese Spitze nicht gefunden hat die macht okay es auch gerade dann würde ich lieber die mitnehmen ich weiß nicht ist besonders Langschwert bei Langschwert macht gerade mal Gesundheit Schaden 44 ich habe noch sehr gewöhnliches ich habe da auf dem Ding gefahren wo auf dem auf dem Schiff alles klar bin gleich wieder da das hat aber ewig gedauert ach so Mist also muss echt Glück haben in der ich hatte diese Spitzhacke ach diese Spitzhacke diese Spitze da gefunden in so einer Kiste beim Käpt'n da komm ich ja gar nicht hin warte komm ich war Faye die schimpft Faye schimpft mir im Hund unsere Hunde wurden heute rasiert echt ach ja stimmt oh weiter eben Ego Perspektive ich bin wieder da wie will ich hin ähm äh ja wo wollten wir jetzt eigentlich hin ich bin gerade am Farm gerade am Farm oh der ging da drüber oh was bist du im Farm hallo auf der Farm ja hier auf diesem Schiff auf dem Schiff ja dann danke dass du mich mit ja komm doch nach wir sind gerade am Anfang eben wir sind gerade mal am Eingang getrunken getrunken mit Beeren hab ich ich krieg gerade alles nicht weg oh ähm ähm wo sind wir hä wo sind wir hin der ist tot ach so äh hauen die einfach ab wir sind doch noch am Anfang wir sind doch ganz am Anfang ja ja und jetzt ist er mittendrin ja wir sind schon voll weit weg ja genau wir sind jetzt schon beim Käpt'n wir sind schon auf dem Rückweg oh wollte er doch jetzt die äh Fellrüstung farmen noch weiter der Rest was nein ich wollte ja eh warten bis der Tag wird der Bio hatte so geile Sachen gefunden was denn ja ich hab irgendwie Glitches ja haben wir doch der letzte Mal auch schon gefunden ich hatte doch die Reptilien Schuhe aber nicht die die Sachen warte ich brauch mal ganz kurz ne Pause ja da kommt ach so das das ist aber random was die ja 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 klar passt du aufm Bio auf? ich ja Alter ich häng ich häng an nem holzkant Dingen fest da gibts doch gar nicht das bist du hast du auch nicht geschossen? geh weg ähm hier oben ist ne Kiste auf dem Ding wo sind bist du? wo bist du? wo bist du? ja 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 irgendjemand schießt auf mich glaube ich ach hier oben mhm 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 guck mal höh interromieren alle her ach hinten jih da spritzt das Blut aber Schwefel brauchen wir reinigt das Wasser keine Ahnung boah da sind ja noch ein paar wird bereits verwendet kann doch nur die Looterin Fee sein wollts auch mitnehmen ne? joa Knochen Schild brauchen wir nicht mit Lars? Joa aber Fellhandschuhe ne machen wir mal mit Pfeile nehm ich für euch immer mit nehm ich aber auch immer mit grundsätzlich hier ist noch ne Kiste achso Öl Eisenbarren Wasserkugel ey wer ist das denn der sieht ja cool aus den will ich haben Entschuldigung was? den Typen da will ich haben ich hab leider nix dabei ach ich hab auch das Black Hand Cap- Captain oh mein Gott macht der Schaden echt? ähm der rennt hinter dir her äh der rennt hinter dir her ich bin äh nicht so schnell genug äh bleib doch hier bio bleib mal im sch- ja gut bleib auch im stehenes alter der glitscht aber platt machen ja ja bitte oh mein Gott toll damit hat er nur Leuchtschleim und Eisenbarren dabei aber 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 der hat Schaden gemacht wie der hat zwei schläge gemacht und ich hatte ein drittel äh zwei drittel weg ok das ist viel ja noch ein Schlag weiter und ich werde tot gewesen das ist Aua ich weiß nicht was das für ein Hammer war aber der war cool der Hammer der Gerechtigkeit das ist bestimmt ein Stahlhammer so wie der aussah mhm so hier wird die Kiste hatte ich schon geplündert hier unten ist eine wertvollere äh warte äh warte warte so das ist der Handwerkerbereich also die sind jetzt nicht ganz so gefährlich hu auf jeden Fall nicht die meisten schweben wir fliegen hier rum äh haben wir alle? let'sch ja der hier noch ah ja den hatte ich nicht gesehen weil der am schweben war ja das ist feldsam aber ja wir haben ja eine an der Waffe ich habe heute die Folge gesehen äh wo der eine am wegfliegen war der eine Sklave weißt du noch? ja ja und ich habe mir dann echt ein Video genau angeguckt und ran gesungen und so weiter und bei mir sieht man den halt überhaupt echt nicht schweben da hab ich dann noch gefragt die Folge die hab ich dann auch genannt ähm sag mal habt ihr an den Lotusblumen wieder geschnüffelt sie liegt hier immer noch immer und wieder ne Achtung das sind echt viele oh ja ja echt nicht wenig zeigt ihr alter die hast du direkt geteilt ja ne hab ich vorhin auch irgendwo einen Achtung da kommt einer oh äh ich habe den Käfig kaputt geschockt wir sind runter gegangen Aua Aua richtig Achtung von hinten kommt noch einer Opsack oh ich hab keine Pfeile mehr äh warte ich hab ein paar Pfeile äh sieben Stück leider ne da sind auch noch welche ach so ich hab verschiedene Pfeile so danke Kriptilienhelm hab ich gerade gefunden das ist gut was macht er denn da wer ach so der der macht hier steppen in der Vase pfff Hilfe brauchen wir auch ne hm ähm ich hab hier äh warte moment was ist das denn die zwei feuerpfeile ich leg die mal hier hin oh hallo bio Entschuldigung ich war was hier äh da sind feuerpfeile drin zwei leider nur warte mal hab ich noch welche für dich Faye du bist so auf die auf diese ähm Reptilien Zeus ne ja ja hier ich hab ne wo bist du ja hinter dir ich hab ne Reptilienmaske ey ich hab auch noch keine ach so entschuldigung nein ist ja egal ich hab schon zwei Teile ich hab schon zwei Teile ich hab Brust und Stiefel ne ich hab Stiefel und Hände ey hier ist noch ein Fellhelm aber ja da haben wir doch genug ne wollte ich grad sagen ich hab irgendwie Sound aus dem alle sind Schüsselholz ich nehm's mal mit nein ich bin überladen das gibt's nicht deswegen nehmen wir auch nicht alles mit ja ich schmeiß mal die Knochen weg ablegen so gewisse Sachen lassen wir einfach liegen Ich kann nichts liegen lassen, Gänse mal von Minecraft-Face. Ja, ich eigentlich auch nicht. Ich kann nichts liegen lassen. Oh geil, hier sitzt schon wieder die nette... ...Dame. Dirne. Edel, Dirne. Na, edel und so weiter gibt's, glaub ich kenn die noch nicht. Von hinten. Äh, oder auch nicht. Hi. Ich witz. Ich muss mal eben. Fehlernschuhe. Haben wir auch. Ähm, okay, cool. Nochmal Fehlernschuhe. Ja, da ... ... ist fast ein bisschen Absinth. Hä? Wo kommst du denn ...? Hey, Absinth! Glasfasche? Eisen? Nein, ich bin schon wieder überladen! Ehm ... Irgends. Scheiße, ich bin immer noch überladen. Ah, gut, ich bin tot. Ne. Du? Ne. Oh, ich wurde von einem Pfeil von linken getroffen. Nein. Ist egal, ich komme jetzt wieder. Die sind noch nicht respawned. Aber pass auf, da stehen wir schon, mein Gott. Wait, 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 mach. Hä? Den habe ich echt nicht gesehen. Ich werde verdammt nochmal nicht leichter. Gibt es doch nicht. Kapitilienhose. Ich habe jetzt halt 100 bei mir stehen, aber es wird nicht leichter. Äh, jetzt. Oh, nein. Nein. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich habe aber nur noch ein Viertel leben, das ist das Problem. Ja, dann stelle ich mal an die Seite erst mal. Ich rede mal klar bei dir. Was? Ich meine, die Bio. Achso, ja, ich brauchst du nicht. Wir looten nicht gerade. Ne, ne. Äh, cool, cool ist tot. Ich habe jetzt auch keine Gesundheitstränge, also keiner. Ich sage dir jetzt gleich die ganze Lederrüstung weg. Das ist das Reptilienrüstung weg. Oh, ich habe Musik. Ich fange einfach mal zu euch durch. Cool. Ja, ich kann jetzt nicht viel machen, weil... Nimm den hier. Ich habe eine Reptilienhose gefunden. Na, cool. Cool. Mir fehlt nur noch das Reptilienoberteil. Guck mal, die... Echt? Ja, guck mal, die Mütze, die hatte ich hier ja gegeben gehabt. Ja. Wie geil das aussieht. Ich habe Schuhe, ich habe Hose. Der hat sogar einen Reptilien-Schwanz am Kopf. Ich weiß. Ich habe Schuhe, Hose, Handschuhe. Ich brauche nur noch das Oberteil, dann bin ich komplett Reptil. Bin ich komplett Reptil. Ich brauche alles andere, außer die Stiefel. Äh, da kommt was, da kommt was, da schwebt was bei euch in der Luft. Hä? Ich sehe es. Hä? Wo sind wir jetzt hin? Ich habe ein Enter-Messer gefunden. Hä, wo sind wir jetzt hin? Ja, den triss aber auch nicht. Nee, der lief ja gerade bei dir so rum. Egal, wir gehen den Seitenwinklern. Ja, äh, hier. Herr Do. Ähm. Wo soll der denn da liegen? Red Marsch. Zurück. Hier liegt Bio tot. Hier. Lang. Brennt nicht. Äh, ganz vorsichtig. Oh. Du meinst, dass ich falle? Wo, warum müssen wir die Fehler mitnehmen dann? Okay. Ich häng fest. Ich komme nicht vor und zurück. Jetzt. Hm. Einfach als ausnahm zu laufen. Äh. Ach, deswegen haben die alle, die sind alle von hier oben gekommen. Ach, so. Ausnahmkiste. Oh, Schwefel. Ich bin überflucht. Wer will den Atemtrank nehmen? Also Schwefel können wir gerne gebrauchen. Ja, habe ich drin. Alles ablegen. Hier, nimm mal einer wat. Also Schwefel ist echt wertvoll. So. Also für Feuerstatt. Ich bin nämlich voll. Äh. Ist noch nicht. Ich kann auch wat tragen. Ey, Faye. Ränder nicht weg. Ich habe nämlich gar nichts gelootet hier. Achso. Hier, Rinder habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen. Hier ist noch mehr Rinder. Wir haben hier sogar mittlerweile eine Fisch-Auffangstation. Warte, ne Fisch. Faye. Ja, ich bin hier. Ja, dann nimm die Sache. Ich wollte das mitnehmen. Achso. Achso. Mir geht halt, nimm einer da mal mit. Ja, mir ist das egal. Ich bin auch noch nicht überfüllt. Da ist ja nicht Herr Do. Glaubt das. Lichte jetzt? Achso, das ist der. Achso. Der ist gepackt. Das ist ein bisschen buggy. Ja, das ist es gibt jetzt zwei Stück, die gepackt sind. Einmal der eine hier. Ja, das sieht nicht mehr so buggy aus. Alter, wie schnell die Lootung, ne? Na, eh alles mit. Komm, wir lassen ihn in Ruhe. Wir lassen ihn alleine. Alles mit. Alles, was wichtig ist, nimm ich mit. Ich nimm ja nicht so viel Scheiße mit wie Herr Do. Ich hab noch keinen Stein. Steine zum Beispiel hab ich weggeschnissen oder gar nicht gelootet. Ja, weil das andere was wir noch nicht brauchen. Hallo, Rindebrauchmann. Oh, ich bin durstig. Tja. Macht mir das keiner. Ich hätte hier was Wasser dabei. Aber hör mal. Ja, oh. Mist mit. Ja, ich hab selber. Du musst eigentlich mein Wasser hin. Wo ist denn? Ich hatte irgendwo vorhin in irgendeinen der 20.000 Kisten gesehen, da war ein Beutel drin. Ich glaub ja, der Nahrungskiste. Das kommt gut rein. Ja. Stahlbarren habe ich natürlich auch mitgenommen. Also, ich hab noch mal so einen Waden hier. Oberschenkelschutz. Das ist aber nicht für Kälte. Ich hab hier Fellhandschuhe. Nee. Ah, die kann ich einfach da, wo die ganze andere Rüstung da ist. Zweimal Fellhandschuhe sogar. Hä, ich hab dreimal oder so viel Handschuhe. Okay. Hier in der Kiste auch. Wie viel tu ich hier rein? Da brauchen wir ja. Irgendwo waren hier sogar, glaub ich, noch Kaptinienhandschuhe. Ich hab außergewöhnliche Eisenschreitkolben. Na gut, da bringt man 39 Scheine. Nö, doch nicht diesen weg. Toll, ich hab ne Steinkolben mitgenommen. Kann auch sein, dass ich mich verdahnen hab. Kann natürlich auch sein. Steinkolben, warum nehm ich nen Steinkolben mit? Steinkolben, ich hab auch was gefunden. Ich hab ein Entermesser gefunden. Okay. Was ist das denn hier? Ach, das ist ein Schwert. Was macht denn der ein Schaden? Kannst du nochmal ein paar Dinger machen? Das ist auch ein Entermesser. Juh, ein paar Pfeile. Quasi. So ein paar Pfeilchen. Nein. Ja Johnny, dürftest du auch noch was haben. So ein Stahlschild, wenn du willst. Achso. Ich kann mit Schildern nicht umgehen, das ist mein Hauptproblem. Echt nicht? Nö. Da, geh mir doch mal aus der Funzel. Wenn er auf dich zukommt, ein paar SDG durchhalten. Macht er dir überhaupt keinen Schaden, stolpert zurück und kannst ihn angreifen. Ich habe noch so ein Enter-Messer. Geh doch mal weg, Faye. Geh doch mal hin. Geh doch mal, lass doch mal los. Was willst du denn da drin? Boah, Sachen reinpacken, du hole Nuss. Das war eh keine Waffen. Hast du einen an der Klatsche? Warte, ich warte. Man verprügeligt den. Ganz ehrlich. Mössst du es nur einen Steinspielhack? Spitzack. Irgendwann verprügel ich dich. Hey, ich habe das Seemannslied der schwarzen Hand. Schön. Hier ist noch so ein Ding drin. Kannst du dir ja mal angucken. Wenn du möchtest. Gut. Ähm, hast du irgendwo auch schon Öl? Ja, das habe ich bei der Alchemie reingetan. Ich weiß nämlich nicht genau, wofür das ist eigentlich. Alles klar. Mach ich dann auch. Also in der Kiste. Daneben. Öl. Da hast du auch schon Glasflaschen. Tu ich auch nochmal rein. Ähm, Absinth tu ich auch mal hier mit rein, ne? Ja, mach mal. Gereinigtes Wasser, ich denke. Das gereinigte Wasser, das habe ich in die Küche. Das ist für Küche. Okay. Äh, Teerkugel, auch hier rein, ne? In die Alchemie. Äh, Dämonenkugelfeuer auch. Auch. Gaskugel auch. Also die Tränke und so. Ja, Glasflaschen auch. Wasserkugel auch? Ja. Jetzt kommen wir da rein. Glas auch. Äh, das wäre so schlimm, würde es dir die Wasserkugel jetzt irgendwie da rein tun. Also, also die Wasserflaschen, nicht die Wasserkugel. Oh, habe ich jetzt aber da rein getan. Egal. Achso, nein, nicht bei Alchemie. Ich meinte, wenn du eine Wasserflasche hier bei deinem Herd rein tust. Äh, wo hast du die Küche? Küche, 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 hier. Achso, hier ist der Herd. Achso, da kann ich jetzt, da wollte ich jetzt wegen gereinigtes Wasser, ach, da hast du ja drin, sehe ich jetzt mal. Genau. Ach ja, gewürzte Teilchen habe ich auch noch mitgenommen. Mhm. Und getrocknete Beeren auch rein, ne? Genau. Oh, äh, getrocknet werden. Ich glaube, da kann ich was mitmachen. Bin mir aber nicht sicher. Geseizene Beeren habe ich. Keiner will deine salzigen Beeren haben. Oh, dafür brauche ich aber Eier und, äh, Gewürzesteak. Ich hab, ich hab nen Krug. Wo darf man den ja hinstellen? So, die aus mir egal. Bisschen Deko. Ich hab, ich hab aber auch hier ne Kiste mit den ganzen Dekosachen, die ich da finde. Ich hab ihn einfach erstmal hier hingestellt. Nimm da Küche, Küche so, ein bisschen so. Übrigens, hier ist auch noch so ein Brunnen. Hab ich schon so ein Brunnen. Weil ich wollte, wo der einmal leer sein sollte. Ja, der geht leer, das ist... Vor allem, wenn du mit Wasserflaschen dahin gehst und den dann aufhören möchtest. Wo bist du? Dann ist ganz, ganz schnell leer. Wo bist denn du? Darum? Ne. Ne, draußen. Also durch dieses Lagerhaus. Wo hast du jetzt ne Kiste mit Deko? Ach, hier, das. Hier, genau, die Linz. Äh... Genau, ich wollte noch ne Zielscheibe bauen, dann kann Johnny mal üben mit nem Bogentor. Also arbeiten. Danke! Recht hast du. Ich hab ne Zielscheibe, die ist cool. Singt, singt auf schlechten Wiegen aus eidenvergessenen Männern, aus Knochen und Blute getränkt in der Sand, wo einst der Verräter den Tod fand. Hört das Lied geschwollener Leiber aus den Kehlen gehängter Narren, stampfende Füße in wildem Tanz, vom eifrigen Gohle gierig verhaaren. Hören die Seele, die singen im Wind, wie sie tauchen hinab zu Felsen und Sand. Gleichlicherweise. Ihre Zungen, hast ihre Zungen gelähmt von Verwesung und Tod, verraten sie nie mehr die schwarze Hand. Aha. Hm. Oh, was wollen wir Kohle reintun können? Hast du Äste? Äh, es wandern noch welche irgendwo im... Hast du Äste? In einer Kiste wandern noch welche... Vielleicht muss mir jetzt auch noch Pfeile machen. Und in Barthema? Ich hatte... Ja, ich hab 80 Äste aus einer Kiste gehabt. Die hatte ich gesammelt. Ich hab im Moment gar keine mehr. Ich müsste dann zurück ins andere Lager. Da oben sind auch welche. Ich wollte gerade sagen, ich geh mal hoch. Oder wir gehen gleich einfach mal kurz zusammen in den Wald, dann zeige ich dir, wo man hier Bäume hackt. Na gut. Kann man richtig Bäume hacken? Aber ich wollte jetzt gerade was anderes. Ja, ich kann ja schon mal Pfeile durchlaufen lassen. Ja. Und kleiner Tipp, nehmt irgendein Messer. Ich kann euch gleich Messer machen, wenn ihr Tiere häuten solltet. Weil da kriegst du überhaupt kein Fleisch raus, sondern nur Haut und Knochen. Wofür Messer? Hallo Spinni, die Spinnen. Wie? Wofür Messer? Messer, damit kannst du häuten. Das geht besser als mit allem anderen. Und du kriegst eine Errungenschaft. Spinni, Aua! Ja gut, aber wir brauchen ja nicht nur so viel. Wir brauchen ja auch Fleisch, ne? Stirbst du wohl? Nee, aber ich weiß, woher die ganze Haut kommt, weil ich mit dem Messer gearbeitet habe. Wieso ist es mir so warm? Ich habe aus einem Elefanten 200 Tierhäute gekriegt. Warum sind hier so viele Spinnen? Wo denn? Hier oben. Haben Elefanten nicht dicke Haut? Was? Ja, aber die kannst du doch teilen. Ja, aber dicke Haut brauchen wir auch für die Bogen. Ja, ich habe noch insgesamt 200 verstärktes Leder da drin. Das reicht, glaube ich, erstmal. Also, okay. Hatte ich nicht gesehen, weil ich muss meinen Bogen mal langsam reppereien. Ja, macht nichts. Das ist, glaube ich, noch in der Gerber. Wieso ist es mir so warm? Ähm. Kryptilienleder. Ja. Ja. Das ist der Nachteil einer kompletten Rüstung davon. Das ist die Spinne weg. Ich mache das mal eben an, dass ich habe ja... Ne, die hängt da oben jetzt fest. Ich möchte ja meine Sachen rein. Ist die doofi, hihihi. Oh. Mal, die weiß ja auch, ob ich nicht wo sie entlanglaufen soll. Ich nehme meine Sachen. Das muss mir jetzt sehen. Ist sie jetzt weg? Die eine wurde getötet. Eine ist hinterher gelaufen und wurde von den Typen da getötet. Achso. Da habe ich gerade auf jeden Fall eine Leiche liegen sehen. Von der Spinne. Ich habe vorhin eine gekillt. Die eine lag direkt neben der Wache. Achso. Nehme ich mir nämlich nochmal eine andere Rüstung mit, damit ich wechseln kann. Ach, hier sind ja immer noch welche. Ganz oben sind ganz viele noch. Da kann ich auch leider nicht bauen. Echt nicht? Ne, da ist ja das Camp. Ach ja. Bestimmt davor kann ich noch so ein bisschen bauen, aber... Ja, guten Tag. Halt mal ein Unterrock hin. Vorsicht, könnte was kommen. Haben sie den Fokus verloren? Die können normalerweise nicht zurück, oder? War doch. Hinten sind sie. Ja, ja. Die laufen gerade weg. Da. Die Feiglinge! Ich habe nur keinen Bogen. Äh, echt nicht? Also keine Feile. Wo müssen wir... Wo seid ihr? Oben. Spinnen. Am Züchten. Äh. Ach ja, wir wollten ja Holz hacken. Da kommt noch eins. Wollen wir zeigen, wo Holz gehackt wird. Ähm. Die. Äh. Die ist mir einfach wegge... Oh, das... Mit dem Rennen ist es aber nervig, ne? Meine Frage, wo seid ihr denn? Oh, ich bin vierfach vergiftet auf der Tögliche. Ich auch. Lass mal zurückgehen. Nein, ist mich noch rein. Oh Gott. Renn, 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 renn. Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, meine vierfache Vergiftung ist aber weg. Hä? Ja, meine auch. Ja, warum seid denn jetzt so schnell? Was ist denn? Oh, jetzt bin ich verkrüppelt, vergiftet und verkrüppelt. Welches oben seid ihr denn? Ja, hochgelaufen. Hoch, wo die ganzen Tempel sind. Und dann hoch. Achso. Ich hätte Pfeil und Bogen, aber ich wollte die doch nicht mehr. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr. Komischerweise, ne? Dass du das Fleisch nehmen kannst. Ich wollte hier die, 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 für euch das Holz hier sammeln gehen. Wo seid ihr denn genau? Dann zwischen diesen Felsen. Also du stehst quasi vorm ersten Tempel und drehst dich rechts. Und da siehst du dann wie so hohe... Du weißt doch nicht, was rechts ist. Äh, ich habe keine Rechts-Links-Störung, du Horn-Opfeil. Hallo, das ist ja anerkannte Krankheit. Glaube ich. Also, wenn ich vor dem... Ach, da wo die Felsen sind, da an der Seite oder was? Genau, da durch. Bis die mal hier sind, sind wir schon wieder weg. Da ist so eine kleine Passage zwischen den Felsen, da musst du durch. Echt schon blind. Na, du warst schon immer. Die nur Felsen. Weil da heißt keine Passage, die ist eigentlich mega groß. Ja, kaum zu übersehen. Außer für Fee. Ey, ich sehe die echt nicht. Am ersten Tempel. An dem Seentempel. Da, sie muss ja ganz rechts. Ganz rechts. Da. Wir sind ja schon fertig. Wir sind schon wieder gar nicht mehr da. Wir sind schon in unserem Lachen. Ach, halt im Bubble. Höh, ha, Alter. Jetzt kommt er auf einmal. Wollt ihr mich verarschen, Junge? Rufende. Ach, da, wieder oben. Ach, da, ich halte hier. Wollt ihr nichts los, ne? Ja, dafür habe ich schon mal vier Pfeile wieder mit. Äste brauchst du wieder, ne? Auch richtig. Höh? Da ist die Fee. Wir sammeln Äste eigentlich, um Pfeile zu machen. Nicht, um Pfeile auszugeben. Was ist das Bion denn? Ich töte die ja gerade alle. Mit dem Schwert. Ach so. Ja, das kann da bleiben. Nur das Eisen mit. Oh, Kohle nehme ich auch mit. Also, hier hast du einmal so diese Totenbäume. Also, ich habe 39. So, Tullo. Wo sind Tote? Ach, die ja. Und du hast halt hier natürlich auch überall Äste auf dem Boden liegen. Richtig viele eigentlich. Ich habe schon 39 gehabt gerade. Äste. Ich habe aber keine Axt. Äste kannst du so sammeln. Ja, aber ich meine, den Baum zu fällen, du musst. Ich habe einen Stahl aus. Ich habe euch leider gerade ein bisschen verloren, aber das macht nichts. Wir sind hier nach oben am Camp. Hinter dir. Ach so. Ich bin die Äste hier, die wir mal aufsammeln. Ich bin gerade die Bäume am fällen. Ach so. Hier ist so ein komischer Strauch, den ich meinte. Diese graue Lupine. Hier ist da kein Strauch. Ach, da. Hinten. Ach, die ist so blind, die Frau. What? Schon peinlich. Blind, die alte. Wie auch, glaube ich. Was denn? Äh, blind, die ist. Wie blind? Habe ich jetzt mitgenommen. Ich habe auch irgendwelche falschen Aronen gefunden. Dann können Sie auch einen Farbstoff herstellen. Okay. Jetzt erinnert es mich. Aronen erinnert mich an Harry Potter. Ja, aber das ist, äh, die, die Aronen hier, die musst du wohl im Mondschein am Grab eines toten Mannes pflücken. Und gleich? Die alten Aronen, die wachsen einfach ein bisschen. Also voll unspektakulär. Ach so. Ich dachte jetzt, kommt irgendwas noch. Hauptsache am Tod, im Mondschein am toten, äh, am Grab eines toten Mannes. Eben. Voll dramatisch. So, wo geht's denn hier wieder weg? Ich bin hier runtergelaufen. Wo ist denn hier? Wo ist hier? Ähm, da ist so ein Zelt, das führt wie so eine Passage runter. Ach so. Ich bin da wieder, wo die Spinnen gerade waren. Ähm, da sind die, die Äste nämlich wieder. Ach so, respawned. Äh, warte. Da eben jetzt. Wo ich meine, ist der Fischfarm laufen? Ich bin hier. Da ist die Grundung. Genau, ich laufe runter. Hier unten sind fast keine Gegner. Bei meinem Glück respawnen jetzt gleich die Fische. Äh, die Spinnenfische. Mein Gott, warum komm ich denn jetzt auf Fische? Soll ich dich abholen kommen? Warte, ich wollte doch für euch da... Aber... Ja, da unten gibt's Bäume, ich deswegen auch. Ach so. Ja, ich hab keine Pflanzenfasern mehr. Ich bin fest. Echt, die Brunnen können leer gehen? Ja, was heißt leer gehen? Also, die... Dann war's ein bisschen zu schnell. Genau. Das siehst du halt meistens nur, wenn du mit Wasserflaschen da dran arbeitest. Ich hab 80 Äste, das hat schon mal am Anfang. Ja, das ist echt viel. Ich hab grad mal 35 und ich hab Holz gefällt. Ich hab gesammelt. Wo bist denn du jetzt? Äh, hier, hier, hier. Ach so. Ja. Kann nur keine Fackel machen, ich hab nicht genug... Fla... Fanz... Fla... Fanz... Ja, da geht's was. Da vorne ist voll die coole kleine Oase. Ich seh euch beide gar nicht mehr. Was, die Fähigkeit? Ja, stimmt, da seh ich was. Ach da. Wo ist ne Oase? Ja, die siehst du nur hinter so zwei Felsen. Ach da. Da siehst du so eine Palme rausgucken. Da war voll das Dickicht. Haben wir noch Zeit für nen Poesken? Äh, natürlich. Ja, sind wir hier sicher? Ja, hier spawnt überhaupt gar nichts. Okay, dann, äh, bis gleich.